Wenn jetzt auch jemand in der S-Situation wäre so wie ich, dass man halt denkt beruflich was möchte ich machen oder man möchte halt schauen oder man ist sozial und möchte irgendwas machen, klar auf jeden Fall. Ich finde es ist eine super Art um das halt auszuprobieren, ob einem so ein Bereich liegt oder einfach um Erfahrungen zu sammeln, die man vielleicht sonst nicht machen könnte und daher würde ich schon weiterempfehlen ja.